herzlich willkommen zu der vierten runde folge let's play together mit dem adri servus ja ich bin hier immer noch im Haus bauen ihr seht was ich auch vier Freunden naja ja Standard inklusive in Nürnberg reinbauen auch dauernd sein zack ich will jetzt dass man den ganzen unnötig ist dafür machen die Tür zu ich habe noch eine mal eine Tür Alter so viel kannst du mal nicht leisten Tja schauen wir kurz zu mir gleich warte das weiter nicht gerade habe ich habe Türen alter weißt du was kann ich gerade habe Hunger Tja Jo und schon müssen wir hier Steiner bauen ohne das wird selbst mir langsam ein bisschen langweilig hier ich schaue mal ob ich danach noch PPP aufnehmen oder ob ich was anderes noch keine Ahnung ich weiß nicht ich weiß du musst du sagen wann du hochlädst ja keine Ahnung ich denke alle zwei Tage oder so ja dann gehen uns leicht die Folgen aus warum ach so ja weißt schon wie wärs mit alle drei Tage ja vielleicht keine wochen werden normal sprechen ja weil er klickt morgen mal Spange feste Spange bist du eigentlich morgen in der Schule nope neiner bin ich aber mit jemandem alleine jemand der schon das Video schaut und sich denkt Fick dich äh nein das ist der andere den ich mein der neben dir hockt nein der sitzt vor uns ach so hey so wieso ist der Traurig hä was bist du jetzt hab keine Ahnung hey weil du musst du traurig und ich hab keinen Plan warum ich die Leiter schon zum dritten Mal und wieder aufbauen und das ist und das ist auch schon ein Leiter schon wenn er nicht drauf und muss der Traurig sind wir wollen ja wohl so kürzlich der Zeit so gehört zu dann hat die Welt das ist jetzt so und so können wir verrecken wir irgendwann ja kann man wenn man eine freundliche schenk dir eine leute regensakt ich brauche jetzt endlich mal wenn ihr ich kann euch schon mal sagen ich brauche noch die hässlichen häuschen hast du schon mal gesagt ja kannst du nicht oft genug sagen so und genau jetzt geht mir das holz aus weiter ich wollte eigentlich hier den unteren Randall als aus Kapestum machen ach Yolo und 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 nein das machen wir jetzt nicht was anderes ich weiß nicht was ich mache was anderes jetzt hier einfach alles rein hier offen ich mache mir einfach den Leiterwand nach oben ich habe keinen Bock hier eine Treppe hochzuziehen komplett das muss auf jeden Fall viel schöner werden unser Chef muss schöner werden unser Chef muss schöner werden ja ich hole mir zum Bett nein Bett Junge das war so was von unnötig von mir grad alter wie kommst du da drauf keine Ahnung oh nein komm mal aus oh schon schon komm mal aus wetten ich spring runter und sterb hier wo das ist das gilt wenn ich nicht gestorben bin ich habe jetzt ein Blatt wo das ist das Geld ist das Geld du hast du dir gedacht ich werde das Geld kann man nicht mehr aber ich bin ich bin Zwei 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 Sechs Stück Zwei 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 Zwei